so hallo und herzlich willkommen zurück zum daily ranking heute wieder in rocket league wieder mit dem breakout ich hab mal die hot roger reifen drauf gemacht weil ich finde die passen ziemlich gut ziemlich gut dazu und ich habe in die playlist auch mal die duo rankings reingenommen einfach nur weil ich in letzter zeit nicht viel gespielt hat hoch steht nichts angefahren ist er dort ein bewegung gemacht hat überhaupt nicht so dass auslärer hinten geliehen sehr schön weil sie sind vor mir also muss ich defensiv bleiben beide teammates sind ich habe nicht so glücklich gern gewollt hätte ich habe einen goal aber sonst nix und die sind beide in der ecke ok sehr schön ausgespielt thanks great pass hat schon gepasst nach hinten dort haben die zusammen dorthin gequetscht und dann habe ich so einen aufsetzer gemacht die sind nämlich richtig eklig zu halten und der hätte es wahrscheinlich sogar noch gehabt der am tor stand nur hat es da einer seite ich reingespielt von das ballett sehr schön so funktioniert das wenn ich halt hinten bleiben muss bleibe ich hinten ich will aber gewinnen nein war nicht lang genug ich dachte weil er hinter mir ist und dann habe ich es versprochen wird dann hätte ich haben müssen dann hat es echt gut ausgespielt aber einfach schneller als selbst sind da nicht richtung tor gefahren sondern richtung baden wann ist denn die langen und nicht mehr vertreten eh oh sorry hab ich nicht gedacht ich muss mir die rückwärtsalte wieder abwöhnen ich hab die mal wieder reingenommen Ach, verdammt. Ich habe ihn nicht weit genug von der Wand weggekriegt. Ich bin am Tor. Ich brauche ein bisschen Lust hier von der Form. Ich kann nicht am Tor stehen bleiben. Oh nein, er snackt ihm hier halt eiskalt vor der Nase weg. Ja. Er klaut mir den Boost, dann stehe ich mit 12 Boosts im Tor. Dann kann ich halt fast nichts tun. Fast nichts tun. Das hat dort mein Team mitgerissen. Indem er mir den Boost geklaut hat. Er hat auch wieder den Boost genommen. Anstatt verteidigen zu fahren. Ich bin eigentlich wieder ohne Boost da. Oh, nice. Schön geschossen. Oh, der ist mal noch zerstört. Das war Quatsch. Wollte ich gar nicht. Schön geschossen. Da über die Leute drüber und ans Tor direkt. Kann man ja nur sagen. Hat er gut gemacht. So, das muss ich auf jeden Fall. Ich bin eigentlich nicht schnell genug gedreht. So, dass ich mich andersherum drehen muss. Wahrscheinlich. Wenn der reingeht, hat er mir echt viel Pech gehabt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, habe ihn noch genau auf einen gespielt. Ah, schade. Das war die Intention dahinter, dass der aufs Tor fahren sollte. Da vorne gerade. Oder? Jetzt wird niemand neben mir. Ich habe mal kurz den Boost geholt. Ich bin gespannt. Fährst du raus oder fährst du nicht raus? Dann tut es bitte jetzt. Oh, fuck. Fuck. In dem Moment wollte ich raus fahren. Und er quetscht ihn zur Seite genau vor den Gegner. Da. Und er kann ihn halt mitnehmen. Ach, Mann. Oh, Gott. Ich fahr noch. Ich fahr ein bisschen schneller. Nein. Wer kriegt ihn hier noch weg? Was für ein langes Auto hat er denn da bekommen? Ach, verdammt. Ja, und er geht noch rein. Schade. Schade, schade. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Ja, aber er hat noch so ein langes Auto bekommen. Da bin ich nicht schnell genug reingeboostet. Wollte aber halt den Ball treffen. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Ball treffe, wenn ich da voll das Ball reinziehe. Ah, verdammt. Das hätte anders sein können. Aber der Finally End war ziemlich stark. Ach so. Das war wieder so ein Match. Hat man gemerkt, dass der in einer höheren Skill-Kategorie spielt wie die anderen beiden. Leider Gottes. Naja. Erste Runde halt heute verloren. Pech gehabt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin in meinem Herbst nicht vollkommen scheiße gespielt, sondern die war halt einfach ein bisschen besser. Das Team hat eigentlich auch ganz gut zusammen funktioniert. Rushingoi spielt für uns. Oh Gott. Zu Willen. Der Kickback-Type, ey. Macht erstmal die Vorlage des Todes. Den Gegner macht es halt fast rein. Wir gehen hier Backflips. Ah, Mann. Okay. Lüfter nochmal. Oh Gott, ich mach's alles selber. Nein! Oh, fuck. Ich wollte da mitspielen. Komm schon, das schafft man trotzdem noch. Tut mir leid. Ja, Chief. Sick. Schön gemacht. Wir hätten als Einzelnen liegen können jetzt. Ach Gott. Die geben jetzt schon auf den Keks, die beiden. Eeeh, yo. Mag mal jemand rangehen? Ah, sehr gut. Das ist jetzt genau der Defense-Type hier. Steht 1-1. Oh, Schiss. Ah, sehr gut. Der hat den getroffen. Ach Gott, der wäre zu spät angewiesen. Oh, Gott. Oh, hab ich jetzt durchgeschrieben? Wow, wollte ich schreiben. Ach, Jungs. Ich muss ja mit der Reit stehen. Okay, er hat den dritten in der Ecke. Sehr gut. Und das dritte. Die machen halt Punkte nur ohne mich. Aber was sonst. Ich muss mich jetzt doppelt anstrengen. Ich muss das noch kriegen. Oh, fuck. Ne. Da bin ich dagegen. Oh, ich wurde sogar wieder reingekickt. Hup, hup. Da geht's vielleicht im Tor. Oh, fuck. Ich fahr rückwärts. Schlecht. Schlecht. Oh. Ziemlich schlecht. Jetzt haben sie mal richtig kacke. Nicht schnell genug gerade eben. Ne. Ui, ui, ui. Ach, Gott. Nein. Oh, fuck, Mann. Ich ärgge mich gerade so sehr für mich selber. Der wäre halt nicht reingegangen. Ich wollte eigentlich viel weiter nach oben titschen. Der ist so nach hinten runtergefallen, ey. Was? Was sprichst du? Du mir jetzt ein. Soll ich meinen Neffe wieder eingeladen? Rock nicht spülen? Ne, ist gerade nicht drin. Diese Aufnahme auch, wenn du mir zweimal schreibst. Komm schon, flieg. Oh, schade. Schade. Ja, das liegt echt an mir, Mann. Unglücklich abgewehrt sein, Mann. Oh, Gott. Bei mir war ich schon längst vorbeigefahren irgendwie. Und da nehmen wir den erst. Oh, okay. Ich bin schade. Ich bin schade. Ich bin schade. Ich bin schade. Niii, 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 niii. Wua! Meh. Oh, sorry. Okay, er hat ihn. Fuck. Ah, fuck, fuck. Neiiiin! Ich war nicht schnell genug. Sorry. Ich mach halt gerade nur Quatsch. Ach Gott, wer denkt, ich bin davon aus, dass du den verfehlen, man. Ach Gott, er gibt mir von hinten einen Megaschutz des Todes. Ich würde eigentlich einen Boomstamm, der so in der Ecke war. Okay, er ist dort. Hat funktioniert. Puh, das war ein Ding, ey. Meine Güte. Da hab ich ganz schön viel Scheiße gebaut, ey. Meine Fresse, zwei Eigentore geschossen. Und das soll ich dadurch fast noch verloren. Boa, da hab ich viel zu aufgeregt jetzt. Passiert mir halt auch immer. Jetzt wollte ich halt richtig gut spielen und dann war ich zu aufgeregt. Och, nö. Darauf hätte ich jetzt verzichten können. Wir fahren mit dem Double jetzt. Ja, ich hab den Anstoß richtig geschafft. Oh Gott, dass er den noch ein paar mal hitet dort an der Wand hat mich ein bisschen abgefuckt. Das war Schwein gehabt. Oh Gott, er klatscht, er klatscht mich einfach weg, er klatscht mich eiskalt weg beim vorbeifallen. Oh, ne, 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 ne. Oh Gott. Grüße, hab ihn. Dankeschön. Thanks, sorry. Er hat ihn zerstört, oder was? Warum fährt er dann nach vorne und nicht ins Tor? Das verstehe ich halt nicht. Warum fährst du nicht Richtung Tor, wenn du zerstört wurdest? Das wäre die erste Maßnahme gewesen. Fuck. Er erwischt mich halt wieder in der Luft. Auf meine Fresse. Ich hab entschieden, er fliegt halt nur die Wand. Wow. Mach nicht irgendwelche Rückgrattsalto scheiße. Wow. Okay, ist einfach an mir vorbei gefahren. Zwei halb. Uiuiuiuiuiui. Ey, der hat er, der muss sich ein bisschen schnell umsetzen. Hab ich grad nicht auf den Ball geguckt, wo er den mir in die Mitte gelegt hat, ey. Uuh. Habe ich nicht gedacht, dass er mir direkt auf mein, mein Brett quasi haut. Oh. Oh, verdammt. Oh. 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 Sehr schön. Er wird aber dabei sein. Wo ist er? Erst da. Ah, war nicht so geil. Ist ganz. Oh Gott, was machst du denn hier? Oh. Das nicht meiner. Oh der hat er erwischt, den hat er, den hat er nicht, ah der random guy ist halt noch da, oh Gott der fällt weg vom Tor, fuck. Er fährt mir hinterher und dann kann ich verteidigen, man, dann kriegt den einfachen Verteidigungsball nicht hin, dann muss ich dort irgendwie rein rushen um den Versuchung zu kommen. Das ärgert mich. Komm schon, jetzt spiel ihn mal. Wer kommt noch? Wer kommt noch? Uh, das war kein Schuss aufs Tor? Wo? The hell? Verdammt. Ich dachte nicht, dass ich da so weit weg bin, bevor ich stehe. Jetzt wird er halt aufgeben, Mann. Ja, er ist verloren, aber man kann ja trotzdem das Ende spielen. Dann legt's ja nicht an der richtig. Uh, er hat den Ball getroffen. Und zwar richtig böse. Dann geht er. Und jetzt fährt er zurück. Ne, bin ich dagegen. Schade, schade, schade. Aber ich mag weder die Map noch den Mitspieler. Ich meine, ich hab wahrscheinlich auch nicht die besten Runden gemacht. Oder die besten Plays gemacht. Aber, weiß nicht. Der Whitecast, hab ich nicht das Gefühl, dass der da hoch gehört. Der hat irgendwie... Der hat kein... Kann nicht fliegen. Und der hat sich auch immer neben mich gestellt. Zumindest in schlechten Momenten. Naja. Was sonst. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.